Giovanni Giacometti 1868 bis 1933 Giovanni Giacometti, der Vater Alberto Giacomettis, studierte in München und Paris. Die Fauve, Cezanne, Van Gogh, Segantini und Amiett waren seine wichtigsten künstlerischen Einflüsse. Giacomettis Arbeiten sind breit gefächert, da er sowohl selbst Porträts und Stilleben als auch Figuren, Kompositionen und Landschaften schuf. Charakteristisch für seine Malweise ist die Verwendung leuchtender Farben.